Achtung! Wer sich durch Hochprozentiges in irgendeiner Art und Weise getriggert fühlt, der sollte sich dieses Video nicht ansehen. Denn darum geht es, um Aktien, um Unternehmen, die genau dieses Hochprozentige herstellen, die befinden sich durch die Bank weg, derzeit in zyklischen Tiefs. So etwas gab es in der Vergangenheit immer wieder. In der Vergangenheit waren solche zyklischen Tiefs Kaufgelegenheiten. Das heißt also, ich gehe davon aus, dass viele dieser Unternehmen in einigen Jahren wieder höher notieren werden und darüber hinaus auch noch üppige Dividenden zahlen. Legen wir los! Ich begrüße euch ganz herzlich und ich hoffe, es geht euch gut. Zuerst einmal ein wichtiger Hinweis. Ich danke euch, dass ihr euch so zahlreich für das neue Projekt eingetragen habt. für die InvestUp-Community. Am Montag bzw. in der vergangenen Woche, am Mittwoch, habe ich darüber gesprochen, dass es 50 freie Plätze geben wird, für diejenigen, die Lust haben, hier als Beta-Tester zu fungieren, also uns ordentlich Feedback zu geben bei dieser neuen Community bzw. bei diesem InvestUp-Projekt. Erik Nebe, Sebastian Hell ist dabei, ich bin dabei, Timo Bautus ist dabei, Alexander Mittermeier ist dabei und wir geben unsere Einsichten zum Markt, welche Nachrichten sind gerade wichtig, welche Aktien bewegen sich. So, diese 50 Plätze waren praktisch von jetzt auf gleich vergeben, aber dennoch nutzt die Gelegenheit, tragt euch in die Warteliste ein. Es wird nicht lange dauern. Jeden Abend, jeden Tag verarbeiten wir das Feedback, was von euch kommt und dann wollen wir auch sehr bald live gehen. Macht das! Ich glaube, diejenigen, die bisher drin sind, vielleicht hat ja der ein oder andere Lust, hier mal unten reinzuschreiben. Die wissen wohl überwiegend Positives zu berichten. Ich glaube, das wird eine richtig gute Sache. Also tragt euch für die Warteliste gerne ein. Es dauert nicht mehr lange. Und jetzt sprechen wir über Aktien, zu denen ich offen gesagt gar keinen ganz großen Bezug habe. Meine Zeit ist ein bisschen vorbei. Wahrscheinlich und ich hoffe, es ist generationenabhängig. Also heute läuft das anders. Ja, wer hat nicht schon mal, das muss man so sagen bei einem heute knapp über 50-Jährigen. Wer hat also damals mit, ja ich sage mal offiziell 18 Jahren, es können wohl auch ein, zwei Jahre früher gewesen sein, den nicht irgendeinen billigen Fusel getrunken. Und wenn man dann unter seinen Jungs war, hat man gesagt, oh, schmeckt eigentlich ganz gut, vielleicht ein bisschen sprittig hier und da. Man kann schon einfach gebrannter Korn für sieben Euro für Geschmacksköstlichkeiten für einen bereithalten. Also in Wahrheit hat man natürlich gedacht, was ist das für ein Zeug? Aber der Zweck heiligt ja bekanntlich manchmal die Mittel. Ich hoffe, das ist heute anders und ich möchte insbesondere auch völlig ironiefrei sagen, dass natürlich auch eine ganze Menge Missbrauch stattfindet. Aber das ist hier nicht meine Aufgabe, mit dem moralischen Zeigefinger zu wedeln. Ich sage das überhaupt nur deshalb, weil mir auffällt, dass selbst heute, und das ist wie gesagt vielleicht auch etwas, was in jüngeren Generationen anders gehandhabt wird, in älteren auf jeden Fall nicht. Das kann ich aus Erfahrung sagen, wenn du dich also heute an einen Stammtisch setzt und eine Apfelschorle bestellst, dann, ja, da wirst du immer noch komisch angeguckt. Das ist so ähnlich, wie ich esse heute Fisch statt Fleisch. Auch das wäre also zu diskutieren, aber machen wir auch nicht. Sondern wir sprechen über die Unternehmen, die jetzt allesamt unter Druck stehen. Und zwar durch die Bank weg. Die amerikanischen Unternehmen haben noch den, na sage ich mal, den Nordamerika-Aufschlag. Bei denen ist es aber so ähnlich. Die haben an dieser Rallye nicht mehr teilgenommen. Und wir wollen uns ein paar Unternehmen mal anschauen. Das hier ist eine Pernod-Rika. In den letzten Jahren, wir sind beinahe wieder angekommen beim Corona-Tief. Muss man sich mal vorstellen, zu einem Zeitpunkt, wo, naja, der Online-Handel floriert. Und im Nachhinein hätte man vielleicht denken können, ja, was willst du denn sonst machen, außer während du drinnen eingesperrt bist. Dementsprechend gab es dann auch eine sehr deutliche Erholung. Die Aktie hast du beinahe verdoppelt. Aber wir sind wieder unten angekommen. Und das ist jetzt kein, ja, muss man sich mal einfach im langfristigen Vergleich anschauen. Solche Korrekturen, wir nehmen mal hier den logarithmischen Chart, die gab es immer wieder in der Vergangenheit. Dieses zyklische Tief, so möchte ich es mal nennen, ist aber ein besonders heftiges. Das hat mit mehreren Faktoren zu tun. Und erst einmal ist, bevor ich euch gleich noch ein paar Unternehmen zeige, Beispielhaft, das ist keine Kaufempfehlung, ich bin nicht in allen investiert. Es ist wichtig zu sagen, dass es auch einen Grund gibt dafür, dass die Kurse dieser Unternehmen heute schwächer dastehen als vor ein paar Monaten beziehungsweise vor zwei Jahren. Denn die hohen Zinsen sind zwar infolge der Inflation erst Realität geworden. Wer hätte sich das vor zehn Jahren vorstellen können? Aber wer hätte sich irgendwas vorstellen können, was in den letzten zwei, drei Jahren passiert ist? Das heißt also, diese Unternehmen auf der einen Seite sollten sie profitieren. Denn höhere Inflation sorgt normalerweise dafür, dass diese Konsumgüterkonzerne ganz gut dastehen, weil sie ihre Preise viel schneller anpassen können als viele andere. Ja, das betrifft aber eben nicht die Unternehmen, die einen relativ harten Wettbewerb haben. Und was meine ich damit, wenn du dir eine Flasche XY im Regal anschaust, aus dem Preissegment XY, irgendeine Flasche Wodka, dann kannst du natürlich nicht sagen, ich nehme mal eben kurz den Preis 10 oder 20 Prozent hoch, so wie das zum Beispiel, und deswegen, das zeige ich euch mal, sieht das da ganz anders aus. Da fehlt noch was, oder? Es sieht ganz anders aus. Also, eine Coca-Cola hat zwischendurch auch mal Schwächephasen gehabt, ist aber insgesamt viel stärker. Warum? Weil es eine unglaublich starke Marke ist. Coca-Cola hat meines Wissens in den letzten 18 Monaten viermal den Preis angehoben. Achtung, kleiner Hinweis, ich bin in diesem langweiligen Unternehmen investiert. Eine extrem hohe Preissetzungsmacht. Denn derjenige, der Coca-Cola, wir wissen alle, für so ein bisschen Zuckerbrause mit geheimen Rezept und Koffein bezahlt man zu viel, aber man sagt sich, naja, meine Güte, ob jetzt die Cola einen Euro kostet oder einen Euro 8 oder 92 Cent, ich nehme mal Coca-Cola. Ich will ja nicht, wenn die Gäste kommen da mit irgendeiner, ich will jetzt keine Marke sagen, vielleicht wird das ja noch ein cooler Sponsor für mich. Also, mit irgendeiner B-Cola oder C-Cola, dann kaufst du halt Coca-Cola. Ganz, ganz starker Brand. Das sehen wir auch in einigen anderen Bereichen. Natürlich sind diese Brands, wir schauen uns gleich ein paar an, auch relativ stark. So, je nachdem, wie der coolste Cutter der Welt, sein Name ist Jasmin, das jetzt hinbekommen hat, werdet ihr gleich sehen, dass hier ein Cut war, denn die Batterie war leer. Der Sprit ist mir ausgegangen. Haha, der musste sein. Also, diese Preissetzungsmacht haben die meisten Spirituosenhersteller nicht. Und deswegen können sie eben nicht viermal den Preis erhöhen. Das ist aber nur die eine Seite der Medaille, in diesem Fall eine Medaille, die man nicht haben will, die also dazu geführt hat, dass die Unternehmensergebnisse schwächer waren. An die andere Seite der Medaille, sie haben alle relativ stark investiert. Das heißt also, vor Corona, beziehungsweise auch in Corona. Und da muss man den mahnenden Zeigefinger hinsichtlich des einen oder anderen Managements schon heben. Ja, da war abzehbar, dass die Zinsen steigen würden. Und trotzdem wollte man in diese steigenden Kurs hinein natürlich nicht seine Strategie verändern. Es gab viele Übernahmen, es gab Zusammenschlüsse, die haben Geld gekostet. Dieses Geld muss man sich irgendwo besorgen. Und der Markt hat jetzt Sorgen, dass es teurer wird, dieses Geld zu besorgen. Und genau das ist auch tatsächlich der Fall. Sollten die Zinsen allerdings, und deswegen ist das meines Erachtens ganz interessant, sich diese Unternehmen jetzt anzuschauen, sollten die Zinsen allerdings dann im Jahr 2025 sinken. Es gibt die einen, die sagen, 2024 gibt es noch eine Zinssenkung, eine in den USA. Es gibt die anderen, die sagen, vielleicht gibt es auch keine. Aber dass wir in den nächsten 12 bis 18 Monaten Zinssenkung sehen werden, wenn vielleicht auch nur für ein bis zwei Jahre vorüber geht, bis dann eine zweite inflationäre Welle kommt. Beschäftigen wir uns mit, wenn es soweit ist. Das erscheint sehr, sehr offensichtlich. Kann immer anders kommen. Ansonsten würden auch diese Barsenkurse mittlerweile höher stehen. Und deswegen denke ich, dass wir hier es mit einem zyklischen Tief zu tun haben. Und es geht hier nicht so sehr darauf, in diesem Rebound jetzt diese Aktien dann zu verkaufen, sondern gerade diejenigen, die jetzt in diesem Moment sagen, naja, was brauche ich schon im Depot? Ich brauche Wasserstoffe, ich brauche Renewables, ich brauche vielleicht irgendwelche Aktien, die davon profitieren, dass die Kernkraft größer wird. Was brauche ich noch? Na ja, klar, Data Center, KI, habe ich das überhaupt schon gesagt? Das ist natürlich am allerwichtigsten. All denen möchte ich nur ganz entspannt zurufen. In einem langfristigen Portfolio nur auf die Trends zu setzen, die jetzt gerade gut laufen, ist meines Erachtens keine gute Idee. Und wenn man immer mal schon vorhatte, ein wenig zu diversifizieren in relativ konservative Unternehmen, die aber langfristig sehr ordentliche Renditen aufweisen und darüber hinaus schöne Dividenden ausschütten, dann ist das jetzt natürlich interessanter, als wenn die Kurse dieser Unternehmen wieder 20, 30, 40 Prozent höher stehen. Also, ich zeige euch ein paar. Eine Panorica habe ich bereits genannt. Und jedes einzelne Unternehmen ist es dann wert, natürlich, bevor man hier in eine Einzelaktie investiert, sich das noch mal genauer anzusehen. Man darf sie nicht über einen Kamm scheren. Man kann beginnen beispielsweise sein Research damit, was bietet dieses Unternehmen an. Denn sie haben bis auf wenige Ausnahmen ein ganzes Portfolio an starken Brands. Dann schauen wir uns mal kurz, Panorica, Frankreich, momentan sowieso noch ein bisschen stärker unter Druck, weil der französische Aktienmarkt unter Druck ist. Und man sagt, ja, was hat denn Panorica, internationale Hersteller, was hat das damit zu tun, ob jetzt Macron in Frankreich ein bisschen für Troubled sorgt. Am Ende des Tages gibt es natürlich auch sehr viele Länder-ETFs. Es gibt Sektoren-ETFs und die verkaufen dann mit. Und deswegen finde ich jetzt gerade die französischen Aktien stehen jetzt nicht ganz oben bei mir auf der Kaufliste, bis auf ein paar Ausnahmen. Aber selbst eine LWM Asch, eine LVMH hat darunter gelitten. Das ist aber nichts Nachhaltiges. Ja, LVMH hat, glaube ich, sechs oder sieben Prozent seiner Umsätze in Frankreich. Ist völlig egal, ob Macron oder jemand anders dort dann in Zukunft. Mögen wir uns nicht mit beschäftigen. Ihr wisst, was ich meine. Frankreich-Schock mag einige Unternehmen betreffen, aber doch nicht diese international exportierenden und aufgestellten Unternehmen. So, US-Werte. Und wir sehen, sie sind ein bisschen stärker, obwohl sie von einem ähnlichen Phänomen betroffen sind. Deswegen sind sie auch beide ein bisschen teurer. Ist nun mal so. Zum einen eine Constellation Brands. Und ich habe ja gesagt, beim letzten Mal haben wir, glaube ich, schon bei Europäern, bei Panor, reingeguckt. Gucken wir diesmal hier mit rein. Ich kenne tatsächlich nicht alle Marken, die sie haben. Aber das sagt mir hier was. Corona? Ja, wahrscheinlich die bekannteste Marke, oder? Ich kann doch mal reingucken. Aber ich möchte hier auch niemanden verführen. Ich habe schon gesagt, ich bin da alles andere als ein Experte. Ich habe eine ganze Menge Laster. Ich nasche unheimlich viel zu viel. Wenn mir irgendeiner sagt, ja, sorry, Freund, jetzt hast du Diabetes Typ 2, oder? Wenn man ernährungsbedingt, werde ich mich eines Tages wahrscheinlich nicht darüber beschweren. Ich nasche einfach recht unheimlich gern. Und ich mache auch andere Dinge, aber Alkohol ist nicht so meins. So, dann schauen wir uns. Finde ich im Übrigen trotzdem, obwohl sie, ja, wenn ich mich entscheiden müsste heute, gerade in so einem Segment zwischen einem amerikanischen Wert und einem europäischen, dann würde ich hier die Chance nutzen und vielleicht auf den europäischen setzen. Es ist sowieso schon schwer genug, überhaupt Unternehmen zu finden, die eben nicht spitze sind, beziehungsweise nicht amerikanische Unternehmen. Und auch in einem langfristigen Portfolio möchtest du eben nicht nur US-Aktien haben. Allein schon, weil du sonst permanent das Währungsrisiko mit dir rumträgst. Ja, Euro, US-Dollar, wenn er steigt, kostet dich das Rendite. Wenn er fällt, dann hast du Vorteile. Brown Formen sagt vielleicht nicht so vielen was, ist aber ebenfalls eine echte Erfolgsstory an der Börse. Sieht man mal von den letzten Monaten ab. Also, hier hat der Nordamerika-Aufschlag gar nichts geholfen. Wenn wir uns, ja, das sind, wer kennt sie nicht? Jack Daniels kenne ich am besten. Marius Müller Western-Haar. Äh, sorry, das war Johnny Walker. Meine Güte, da ist aber wirklich keine Ahnung. Also, schaut es euch gerne an. Wenn ihr Lust habt, dann geht das mal rum. Ich finde es immer wieder bei diesen großen, nicht nur bei den Diplomatico, nicht nur bei diesen Unternehmen, auch bei anderen. Wenn man überlegt, mal bei Mondelez und so weiter. Also, was da für Marken drin sind. Am Ende sind es, es gibt so ein schönes, ich weiß aber nicht, was so ein Copyright da drauf ist, so eine schöne Grafik, ja. Wenn einer den Link hat zu dieser Grafik, der weiß genau, was ich meine. Es sind ganz wenige Unternehmen, denen quasi alle Marken gehören, die wir so kennen. Echt ganz spannend. So, das waren die beiden. Wir nehmen, da in die bin ich investiert, möchte ich nur dazu sagen. Deswegen möchte ich jetzt auch nicht weiter. Ja, nehmen wir ruhig den US-Kurs. In diesem Fall, es ist aber ein britisches Unternehmen. Und ja, wenn ihr ein bisschen mehr wissen möchtet, die Zeit können wir uns jetzt sparen über Diageo. Im Podcast morgen früh, sieben Uhr ist er hoch, spreche ich beispielhaft über das Unternehmen und gehe noch ein bisschen mehr in die Tiefe. Warum der Kursabschlag zum Teil vielleicht berechtigt ist, warum er aus meiner Sicht aber auch eine Kaufgelegenheit darstellt. Also, morgen früh im Podcast bespreche ich dieses Unternehmen. Ich habe schon gesagt, Disclaimer bin ich investiert, ein bisschen genauer. So, und da gucken wir uns noch zwei, da sagen wir mal ein bisschen exotischere Unternehmen an. Es gibt auch einige, die haben gar nicht so eine große Produktpalette, sind aber dennoch international aufgestellt. Remy Contreau. Ach, das war wahrscheinlich falsch, obwohl ich Französisch in der Schule hatte. Ich habe mich gerade mit dem Taxifahrer versucht, Französisch zu unterhalten, das ist mir aufgefallen. Das lief auch schon mal fließender. Ich mache keine Charttechnik heute. Ich möchte es euch nur zeigen, wir kommen hier letztlich in den Unterstützungsbereich der letzten Jahre an. Von daher, das ist keine Ankündigung, dass es jetzt wieder aufwärts geht, aber ich finde das Niveau einfach sehr interessant. Die Dividendenrenditen sind allesamt noch überschaubar, denn ich habe es ja gesagt, tatsächlich sind die Gewinne ja auch schmäler gewesen als in der Vergangenheit. Ja, diese expansive Strategie hat ein bisschen was gekostet, das ist aber jetzt in den Kursen auch drin. Und hier habe ich die extra nochmal mitgebracht, weil ich weiß nicht warum. Wenn ich die beiden sehe, das ist keine Wertung. Och man, hoffentlich versau ich mir das nicht mit allen Sponsoren, obwohl man dafür sowieso keine Alkoholsponsoren haben in den sozialen Medien, oder? Na, dann ist ja egal. Bei beiden denke ich, da hast du auf jeden Fall schon mal Kopfschmerzen von. Bei Metaxa bin ich mir, ich habe Eckes Edelkirsche, ich habe keine Ahnung, wie ich das gehört. Von Eckes Edelkirsch habe ich mal, wie kann man sowas im Nachhinein, wenn ich manchmal mein junges, 18-jähriges Eck von der heutigen Warte aus sehe, dann möchte ich nichts sagen, sondern einfach nur mit dem Kopfschmerzen. Jung, jung, jung. Das war knapp, heißt es aus heutiger Sicht häufig und ist aber meistens gut gegangen. Aber es war knapp, echt ein paar Mal. Eckes Edelkirsch, come on, wie kann man auf so eine Idee kommen? So, finally, einen wollte ich noch mit reinnehmen, denn das gibt es auch international und im Übrigen findet ihr teilweise in Asien Marktführer mit einem größeren Burggraben, beziehungsweise größerem Marktanteil, als das bei denen eben hier genannten ist. Zum Beispiel eine Thai-Beverage. Wer schon mal in Thailand war, wird auf jeden Fall, wir nehmen jetzt einfach mal hier den Frankfurt-Kurs, oder hier können wir auch nehmen, ist egal. Also habt ihr wahrscheinlich, wenn ihr irgendwo in Asien unterwegs wart, schon mal das Bier getrunken. Schmeckt gar nicht so schlecht, aber ist natürlich letztlich auch für den internationalen Markt gemacht. Egal, Thai-Beverage hat aktuell eine Dividendenrendite von fast 6% und für die gilt aber letztlich das Gleiche. Ihr seht auch daran, dass die Kursverläufe sehr ähnlich sind, dass es auch die ähnlichen Einflussfaktoren sind. Also, das hier ist nur beispielhaft. Schaut euch gerne die Unternehmen ein bisschen näher an. Es gibt auch ETFs, mit denen man auf den Sektor setzen kann, allerdings wenige meines Erachtens, wo man dann nur diese Hersteller mit drin hat. Wollte ich euch gerne darauf aufmerksam machen. Ich glaube, mit Sicht 5, 7, 10 Jahren, wir sprechen hier über Dividendenaktien, ist das eine sehr interessante Gelegenheit. Und abschließend nochmal der Hinweis, nutzt wirklich die Gelegenheit mit der Warteliste. Wir wissen nicht genau, ob wir alle auf einmal reinlassen können, weil wir wollen auch nichts verkehrt machen. Und von daher herzlichen Dank für das InvestUp Community Feedback, was wir schon bekommen haben. Es geht bald los, freue ich mich sehr drauf. Und jetzt freue ich mich auf eure Kommentare. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und Entschuldigung, Anke, das waren drei Minuten zu lang. Macht's gut, ihr Lieben.